Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur vom Gemüse gelebt hätten in den früheren Jahren. Und ja, da bin ich sehr froh und hoffe, dass das so lange wie möglich bleibt. Und dann ist noch immer genug Zeit, über das Alter nachzudenken. Es ist sowieso sehr viel ähnlich zum Sport, witzigerweise, aber der Ransduert hat sich entscheiden müssen, ob er Kicker wird oder so. Genau, der hat sich für das Lächste entschieden, weil er nicht viel auf dem braucht. Und vor allem, er kann das länger machen, wenn er spielst du das Ganze. Ja. 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 Ja.